Und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong 64, jetzt geht es natürlich weiter und wir switchen mal weiter auf Tiny, ich bin zu überlegen, nehme ich Tiny, ja ich nehme Tiny und gehe mit ihr den Weg nach oben für die Bananen, dann machen wir dieses kleine Quest-Dinger auch. Die ersten 90 Stück haben wir ja schon, da kommt auf jeden Fall noch was, mit Chunky haben wir auch noch was im Baum, wo wir was machen müssen. Dann haben wir es glaube ich auch fast, was, was, ah 400 Bananen liegen noch klar, ich glaube im letzten Level. Guck mal, hätten wir auch noch weiter gesehen, hätten wir auch 400, kriegt ja mal drauf 300, über 300, guck mal da haben wir sogar 400. Da sind wir auch bei 400, das war glaube ich das, ja das ist das erste, ja gut. Davon abzustreiten, dass das jetzt das erste Level war. Klar, die Level werden ein bisschen schwieriger, die Bananen sind ein bisschen schwieriger versteckt. Aber ich glaube insgesamt, äh, sollten die auch recht einfach zu bekommen sein. Können wir jetzt schon lieber lang gehen, jetzt. Und wir für fast nichts zu... Weg. Bananen bekommen. Wir haben noch nicht mal alles erkundet, beziehungsweise mit allen Charaktern noch nicht mal was geholt. Weg. Ich will nicht. Ich hab so ein Nein-Gefühl. Ich frage, geht's denn... Guck mal, da wird das sogar weitergehen. Naja, da gehen wir dann noch da weiter. Ähm... Zunächst machen wir erstmal... Das hier. Oh. Okay, haben wir. Die Kristalle werden knapp. Aber noch machbar. Ja. Oh. Ein mit dir. Räumen wir erstmal nicht im Chaos auf. Für einen kurzen Moment. Okay, wenn es das schon wieder war, war es wieder viel zu einfach. Aber ich sehe grad was. Wir haben Zielsucher-Mutition. Wo ich wieder drauf hab. Das haben wir die auf jeden Fall alleine. Zielsucher-Mutition ist die beste Munition, die man haben kann. Das ist jetzt die Frage. Ist irgendwas noch? Oder was ist das? Eins ist ja hier auf dem Stück Käse die paar Bananen. Die Kegner jetzt zerstören. Ein Ballon oder so? Gar nichts. Na gut. Wenn es das war, dann war es einfach. Aber wir kommen wie gesagt unserem Ziel so auch näher. Jetzt mal hier die Kristalle einsammeln. Die kann man auf jeden Fall wie gesagt immer gebrochen. Ja. Nice one. Hätt sich denn... Haben wir hier hinter noch was? Nein, gar nicht. Warte mal, wo ist der Lenky rausgekommen? Der musste dahinter? Wir kommen, sagen wir, durch die Tür. Sind wir auf jeden Fall nicht gekommen. Wir haben eine Plattform. Okay. Geht hier relativ einmal kurz schnell oder so? Nee. Oh, hier können wir es switchen. Die will ich auf jeden Fall gerne einsammeln. Wenn das gerade auch kein Zaun ist. Okay, wir müssen mit ihr weiter. Wir kennen vielleicht was wir aktivieren können. Nee, wir hätten aber Didi, wo wir rein können. Jetzt haben wir damit... Ja komm, wir haben das Didi. Dann wechseln wir auf Tiny wieder um. Nein. Das ist gesagt wird ja falsch. Honey. Aber? Wir sehen das wie... Jetzt ist doch einearape educativ weiter. Ja, hier nehmen dieimage mangelt. Wenn das wieder so einfach ist hier, ist das ein bisschen komisch. Ne, ist es. Okay. Meine Kristalle reichen hier aus. Ich muss jetzt gucken, ob ich das einsam machen kann. Vier. Wann ist das jetzt vier oder drei? Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwo hier... Wie kommt... Tainten? Den haben wir denn mit da? Da sind auf jeden Fall noch Kristalle. Oh, das wird wieder... Wenn das wieder so eine Kamerastörung wie beim letzten Mal wird, dann habe ich ein leichtes Problem. Damit komme ich gar nicht klar. Wir haben zu wenig Kristalle. Ich würde sagen, das ist extrem gescheiden gemacht. Da vorne habe ich noch einen Ballon gesehen. Ich stelle echt bescheiden. Oh, ist das wieder da? Oh mein Gott. Jetzt muss ich aber passend drehen, damit ich da schnell reinkomme. Oh mein Gott. 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 Nein. Minecraft Maven. The Mayhem. wie war das aber das feuer hat es jetzt auch drunter drungen aber wie war denn oh shit mit zwei stück we press to set to slow down, press speed to change the line geh ich rein oh ich hab da nach oben gedrückt muss ich, ach shit ich hab jetzt vergessen wo sie gedrückt hat wieder rein die frage ist das klug da rein zu gehen vielleicht kriege ich mir noch beide dinger ähm zusammengekarrt ok bis wir uns wieder beeilen ich glaube die fährt gleich runter naja so ok shit 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 jetzt kommt jetzt kommt der näher oh mein gott das schaffe ich nicht Mist ah ist das auf jeden fall ein guter nice try ähm naja ok der anfang war nicht schlecht wir müssen auf jeden fall beide immer hintereinander laufen das heißt ich muss mit slow wie gerade eigentlich ganz gut arbeiten ok ok fährst jetzt in den runter ok ich hab da auch nach oben gedrückt oh komm ja ich würd das zu Ende machen und werd dann wie jetzt wenn wir schneiden hab ich glaube jetzt hab ich geschnitten ich kann das beim schnelldurchlauf machen ich kann nicht haben mittlerweile ich hab mir alles ein bisschen angeeignet und alles zusammenschneiden und sowas bin ich ja schon ein bisschen gewohnt so ja ich kann auch gedrückt halten so jetzt kann ich ganz slow liefern jetzt muss ich ein bisschen gas geben so jetzt kann ich stoppen schonmal das versteht er geht mit runter ok jetzt muss ich ein Stück warten wieder komm mit, komm mit, komm mit, komm mit komm mit oh ist das ein Hund haben die das, Alter haben die ernsthaft gechanged da? ich dachte die kommen bei denen da einander kacke ok machs jetzt einmal und dann mach ich zum schnelldurchlauf oder muss ich die Feuer ne, ich muss sie einmal kurz austricksen hier ich muss die Feuer hier schon ein bisschen austricksen was, das ist das Schloss, was ich mach grad die Feuer auszutricksen zumindestens so, jetzt muss ich am besten rein so, zwei schnell mal eins zwei so, bis ihr wieder draußen seid nein er ging nicht nach unten hm ok ich mach noch nicht slow ich will das packen ich will das packen warte nicht, zwei nur an das zwei ich glaub ich war durch durch das B gedrückt halten also das slowly äh oder so dass ich es nicht machen konnte ok ich muss jetzt wieder warten dass wir beide so ungefähr gleich auch sind ach komm man ok ich mach zum schnelldurchlauf wir hören uns gleich wieder BACKYAH 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020